Ich fühle mich mittlerweile wie zu Hause. Ich bin jetzt zwei Jahre hier. Ich habe top Leute kennengelernt. Es ist ein super Verein. Es ist ein Traditionsverein. Unsere Fans sind unglaublich. Und ja, meine Teamkollegen. Ich verstehe mich mit allen sehr gut. Und das ist auch sehr wichtig für einen Spieler. Liebe Austria-Fans, ich freue mich über die Vertragsverlängerung. Und freue mich total über die nächsten gemeinsamen und erfolgreichen Jahre. Forza Viola.